Also, Sie haben natürlich auch nichts gesehen. Kommissar Clint, verständigt, ist bereit zum Mundort unterwegs. Nur ohne Laufen wagen Sie. Warum wird er bloß die Hälfte weggeworfen dann? Schinkel! Herr Kommissar! Sofort zurück da hinten! Aufmachen, Polizei! Kriminalpolizei, Rogge. Je oller, je doller. Ja, der Täter hat offenbar so zugeschlagen. Ich bin übrigens kein Wachtmeister. Komm von der Kriminalpolizei. Wenn du es herausgekriegt hast, dann freil ich mir bitte. Verdammt lange her, dass ich zum letzten Mal draußen war. Dann. 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 Vielen Dank.